Ja, ich muss mich hier noch umschauen, da ist hier richtig was geboten. Hallo liebe Freundesgeblick-Motorra-Zubehörs und herzlich willkommen zu HEPCO Becker's Bike Special mit mir, Daniel. Und heute mit dem Piaggio MP3 530 Exclusive. Ich hoffe, ich habe keine Spezifikationen dieses Fahrzeugs vergessen. Und unser Zubehör von HEPCO Becker für dieses Fahrzeug, zeige ich euch gleich nach dem Intro. Bis gleich! Wer denkt, dass HEPCO Becker nur Zubehör macht für zweirädrige Fahrzeuge, der irrt sich. Denn auch schon für Vorgängermodelle wie die MP3, 350 oder 500er haben wir für diese dreirädrigen Variante von Piaggio Zubehör im Bereich Gepäck hergestellt. Und dieser neue 2023er 530 Kubik starke Maxi-Roller, dreirädrig wie gesagt, haben wir auch natürlich mit in unsere Entwicklungsschmiede genommen und Gepäckzubehör dafür entwickelt. Einmal im Heckbereich, ganz klassisch für den Roller, ein Top-Case-Halter. In diesem Fall einmal unser Easy-Rack mit einklappbarem Haltebügel. Oder das Alu-Rack, das dann quasi mit einem steif verschraubten Bügel arbeitet. Hier bekommen wir all unsere Top-Cases drauf, im Hartschalenbereich, wie zum Beispiel hier aus der Journey-Serie, das TC40. Passend dazu einfach mal für unseren Zee-Bow. Ja, auch ein Zee-Bow haben wir entwickelt, hier für dieses Fahrzeug, in schwarz gehalten, schön stabil. Hier jetzt auch einmal eine Hartschalenvariante für unseren Zee-Bow, unser Orbit-Side-Case. Passt, denke ich, wunderbar zusammen. Das in Kombination mit dem Helmfach, da bekommt man schon einiges mit rein und kann so auf die Reise gehen. Nehmen wir noch eine andere Variante, sagen wir mal, wir nehmen die weg. Natürlich könnte man auch unser Zee-Bow, unser Soft-Gepäck montieren. Ich bin aber Freund von unserem neuen X-Core-Koffer. Der passt wunderbar hier zu diesem Fahrzeug. Zee-Bow-System, super schnell montiert. Hier einmal abgeschlossen und die Tasche ist fest. Und dazu passend, zu diesem schwarzen X-Core, klappt dann nämlich das X-C-Top-Case. Denn das haben wir farblich abgestimmt hier. Ach, sieht das wunderbar aus. Auch hier einmal aufschieben, Krallenschloss zu. Und das wäre auch eine Kombination, die für dieses Fahrzeug funktionieren würde. Ihr seht, schönes Zubehör für diesen schönen Roller. Für weitere Informationen geht auf unsere Webseite, helpko-backup.de Und ich freue mich, wenn ihr wieder zuschaltet, wenn es heißt, hallo, liebe Freunde, das gepflegt Motorrad-Zubehör ist. Bis dahin, allzeit gute Fahrt, euer Daniel. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017